Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls im Swap Weapon Mod. Tja, und am letzten Video, das dürfte dann Part 9 gewesen sein, haben wir ja eine recht rege Diskussion angefangen, wie das mit der Haltbarkeit der Waffen hier ausschaut. Ähm, ja, alles irgendwie falsch, das hat ja die gute Möwe irgendwie alles wieder verneint, dass es nicht funktioniert. Äh, die, ja, ist alles irgendwie ein bisschen komisch irgendwie. Die Pyroflamme hat ja anscheinend auch irgendwie, ähm, eine Haltbarkeit von 30, ne? Von daher kann man auch die nicht ausrüsten, damit das nicht vorweg geht und haste nicht gesehen. Alles irgendwie kacke. So, jetzt müsste ich eigentlich gleich mal auf die Uhr schauen. So, alles klar. Ja, keine Ahnung, ähm, wie wir das jetzt gescheit machen. Eigentlich wollte ich ja irgendwie den Shortcut mal nutzen, aber, hm, alles doof. Ich versuche es einfach jetzt so nochmal und zur Not mache ich es beim nächsten Mal dann so. Äh, komm, schnell. Ja, geil. Weg. So, wenigstens eine helle Borde hier. Sehr schön. Komm, komm. Na, komm. Jawohl. Na, trotzdem nicht tot. Schön. Ja, komische Stichwaffen hier. So. Du jetzt noch. Ja, toll. Jetzt wird so ein Drecksschild. Na, macht immerhin ein bisschen Schaden durch das Feuer. Ja, das ist natürlich echt kacke hier. So. Äh. Macht auch mit zwei Händen nicht so viel Schaden. So, das dürfte jetzt Magie sein. Ja, auch ziemlich geil. Ach, toll. So, immerhin haben wir elf Lakons und nicht nur zehn. Das ist dann auch schon mal ein Vorteil. So. Ähm. Ja. Alles kacke. So. Immerhin funktioniert das hier. Ähm. Wie kommen wir da... Also ich weiß nicht, den optimalen Weg kenne ich ja sowieso nicht. Das ist davon abzusehen. Okay. Hier müssen wir scheinbar vorbei. Also da kommen wir nicht drum rum. Theoretisch. So. Wie machen wir das jetzt am günstigsten? Ich könnte mir ja eigentlich, was ich mir ja schon mal belegt habe, immer wenn ich eine gute Waffe habe, kann ich die ja am Anfang ja ausrüsten. Dann habe ich die nämlich. Ja, dann wechselt die sofort wieder. Jetzt habe ich drei am Arsch. Geile Sache. So. Wir gehen mal hier durch. Hier kommen die nämlich nicht alle gleich durch. So. Na, komm. Scheiße. Immerhin ein bisschen Schaden. Komm. Nochmal. Na, scheiße. So. Jetzt. Jawohl. Einwandfrei. So. Das Schild haben wir. Ist die auch schon tot? Geile Sache. Okay. Das hat besser funktioniert, als ich erhofft habe. Und ich habe immer noch keine Pfeile bzw. Bolzen. Ja. Immer noch ist dieser Mistbogen so ziemlich, ja, für den Arsch. Genau das. So. Ähm. Dann müssen wir halt bloß aufpassen. Warte mal. Ich könnte ja theoretisch auch hier irgendwie runter. Das kann ich ja auch machen. Dann gehe ich, glaube ich, die Ratte, ne? Und komme letztendlich trotzdem beim Dingens an. Warte mal. Töten die jetzt mal hier. Zur Sicherheit. So, jetzt darf er allerdings nicht gleich wieder ein Schild kommen. Ach, fickt euch doch alle einwandfrei, ey. Es ist unfassbar, unfassbar ist das hier. So, ein Hammer. Ein Holzhammer. Den kann ich jetzt auch mal verwenden. So, ich guck mal, ob ich hier rüber springen kann. Jawohl. Und, ähm. Achso, ja, jetzt komme ich hier wieder hin. Das ist also der gleiche Gang. Okay. Ja, theoretisch könnte ich auch hier runterspringen. Das sind aber dann halt auch die Viecher. Ähm. Aber wir gehen, glaube ich, die Ratte. Ich versuche es einfach mal. Ich bin mal so wahnsinnig. Denn hier sind die Viecher, die einen ziemlich schnell vergiften. Äh, nee, verfluchen. So. Ich gehe mal hier hoch. Die sehen auch ziemlich hässlich aus. Ja, voll süß. Die sehen aus wie Meso und Öse. Auf Drogen. So. Ähm. Da kommen ja zwei andere jetzt hier. Ja, das ist alles ein bisschen kacke. Also, verflucht werden möchte ich hier. Ja, schön, ey, schön. Verflucht werden möchte ich hier, ehrlich gesagt, nicht. Das würde mir noch fehlen. So. Einfach nur aus diesem Strahl daraus. Das ist allerdings einfacher gesagt als getan, wenn man hier nur so Kackwaffen hat. Ja, Feier und Bogen am Arsch. Ähm. Ich mache mich erstmal jetzt hier vom Acker. Und hoffe, ja, das sind Ratten. Scheiße, ich muss, glaube ich, wirklich da lang. Wo die Viecher da gerade waren. So, ich hoffe mal, die folgen mir jetzt nicht so. Ist ja nicht der Akkumod. Das ist ja der glorreiche Vorteil daran. So. Das Schwert ist schon mal nicht schlecht hier. Das können wir gleich mal nutzen. Ah, scheiße. Da sind schon wieder Viecher. Und ich muss aufpassen. Okay. Ich muss vor den Viechern einfach nur höllisch aufpassen. Also, falls ihr es nicht wisst, falls ihr irgendwie komplett neu seid. Ähm. Wenn die Leiste da unten folge, bin ich verflucht. Sprich, ich sterbe sofort. Und. Ich habe beim nächsten Mal nur die Hälfte der Anzeige. Das ist ziemlich kacke. So. Macht nicht so viel Schaden. Das ist echt kacke. So. Die vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr. Ja, nicht so viel. Scheiße, komm. Stirb einfach nur. Jawohl. Das Vieh ist tot. Eins haben wir weg. Dann die Sense. Die hätte ich mal früher gebraucht. Ähm. Die könnten wir. Ne, das können wir nicht. Geht das? Ne. Aber der kann mich dadurch anpusten. Das ist nicht so doll. Ähm. Und ich meine, wir müssen hier lang. So. Das ist nicht schlecht. Ja. Geil. Jetzt direkt wieder gewechselt. So. Komm bitte. Ein schönes. Ja, ein schönes Schild. Ja. Ne. Ja. Ein Flammenberg. Beziehungsweise was weiß ich, was es ist. Ja. Toll. Der verpisst jetzt in so einer Wolke. Scheiße. Direkt ausgewichen. So. Weg. Weg. Ja. Weg, ey. Die geht mich so schnell voll, die Leiste. Das ist Wahnsinn. Und ich darf nicht nochmal. Ich hab's glaube ich jetzt in jedem Teil geschafft. Scheiße. Äh. Verflucht zu werden. Und das darf mir diesmal nicht passieren. So. Komm runter. Ich glaube ich hab auch. Scheiße. Da ist das nächste Vieh, ey. Nein. 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 Geh weg. Geh weg. Geh weg. Scheiße. Das war kacke. Hat auch nur so eine geringe Reichweite. Das ist nicht so geil. So. Komm. Jetzt. Genau. So. Das Vieh ist tot. Da haben wir nur noch einen. Das schöne Uchigatana. Und jetzt noch. Komm. Komm. Jawoll. Ey. Es ist zum Kotzen diese Viecher. Ohne Spaß. Also was Beschisseneres gibt's nicht. Also wer sich das ausgedacht hat. Ich glaube es ist der gleiche Typ gewesen, der die Fliegeviecher erfunden hat. Ja. Komische Japaner. Die haben... Alle seltsam. Alle seltsam. So. Hier sind andere Viecher. Äh. Äh. Toll. Und hier dürfte es theoretisch zum anderen Leuchtfeuer gehen. Wenn ich mich hier jetzt richtig orientiere. Das weiß ich immer nicht. Äh. Kacke. Ja. So. Komm. Na. Das sind nur so Fizzelzahlen hier hochploppen. Das ist... Alles für den Arsch. So. Das Schild ist zumindest nicht ganz so schlecht. So. Das ist das Schild. Ah. Das ist das Schild mit hier... Mit dieser Fähigkeit. Äh. Wie Marsertomes. Das erzählt hatte, glaube ich. Das dürfte es gewesen sein. Weil das... Der hat es nämlich komisch gehalten jetzt. Das dürfte es gewesen sein. Aber der hat es jetzt nicht ausgelöst. Und da... Oh. Das ist ein schönes Schwert. Das sieht so nach nix aus irgendwie. So. Jetzt gucken wir mal hier hoch. Und ich glaube, wir sind am Ziel. Wir sind am Ziel. Alter Vater, ey. Okay. Dann machen wir jetzt gleich mal hier den Shortcut frei. Dann haben wir den Mr. zumindest schon mal hinter uns. Eimann frei. Alter Vater. So. Da ist nämlich die Riesen... Die können wir hier theoretisch auch kaputt machen. So. Komm mal her. Ach. Jetzt will sie nicht mehr. Jetzt... Naja. Sie hat keinen Bock mehr. Wie es scheint. Naja. Dann sei es drum. Wir gehen erstmal zum Leuchtfeuer und machen uns voll. Denn wir wollen ja auch zum Klaffdrachen durch. Das wird ein Spaß. Mal wieder... Also... Der erste richtige... Gut. Der erste richtige war ja eigentlich... Die sind ja die Gargoyles eigentlich. Der erste richtige Boss. Aber der Klaffdrache... Da hatte ich beim ersten Durchlauf zumindest die ersten richtigen Probleme. Also da habe ich auch bestimmt eine gute Stunde beim ersten Mal drangehangen. Und das jetzt noch mit... Ja. So... Behebigen Waffen mitunter. Kann natürlich auch schnell sein. Also kann echt... Schnell, ähm... Zu Ende gehen. Aber... Ja. Bei meinem Glück ist es manchmal halt so... Dass ich da nur noch Schilde kriege und dann erstmal... Eine halbe Ewigkeit warten darf. Halt nicht ganz so geil. So. Dann... Müssen wir dahinter. Genau. Ja. Die Sunny ist krank. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht geworden. Ich hab zwar über Halsschmerzen und ein bisschen Husten, aber... Das läuft alles. Das läuft alles. So, äh... Dann... Einfach mal in die Richtung da. Ich schau mal auf die Uhr. Ja, läuft alles noch. Wir sind gut in der Zeit heute. Der Part läuft besser als gedacht. So, äh... An sich könnten wir ja hier, glaub ich, noch... Äh... Also um die Ecke da, wo wir grad waren... Dingens töten. So ein Black Phantom. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt genau heißt. Oh, hier. Quelax Fury Sword. So. Und da ist der Klaffdrache. Ich lass mal die Stimmung... Auf sich wirken. Oder auf euch wirken. Der gute Klaffdrache. Ja, das ist ja auch mal wirklich ein Drache, denn... Bei Demon's Zoo... Äh, nee, bei Monster Hunter sind's ja alles Wiebern. Ich hab den Unterschied auch... Mal... Erklärt bekommen. Why run? Wie man es auf Englisch sagt? Why run? Voll cross. So. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ja, Antonio. Hallo, Antonio. Der wahrscheinlich nicht mal zuschaut. Der guckt sich nämlich nur noch Dark... Äh, nur noch Monster Hunter an. Oh, hier geht... Die Frame gerade etwas in die Brüche. Wie man sieht. Jetzt muss ich aber mal schauen, wie wir den genau machen. Das wehse ich mich gar nicht mehr. Muss ich ehrlich... Also, ein bisschen. So, die ungefähre Taktik kenn ich noch. So, den müssen wir jetzt hier mal runterklopfen lassen, genau. Und dann können wir auf den guten Kopf eindreschen. So, und dann müssen wir uns auch wegbewegen. So, und da geht die Frame gerade echt ein bisschen in den Keller. Ja. Einfach mal... Mit dem Riesenhammer auf ihn draufschlagen. Läuft. So, komm, das Schlangenschwert. Na, komm. Komm, Männer. Einmal frei. So, macht jetzt auch nicht so sonderlich viel Schaden. Aber man kann öfter angreifen. Oh. Ja. Ich hab nicht mal gesehen, dass da eine Wand war. Scheiße, die Wand hat mich jetzt echt blockiert. Hätte ich mal die andere Richtung gewählt. Na, klasse. Das war ja echt doof. Sonst hätten wir das geschafft, aber locker. Das ist ja echt doof jetzt. Und ich dachte, ich glänze jetzt hier mit, keine Ahnung, Bravour. Komm damit First Try durch und alles drum und dran. Ne, aber am Arsch, ja. Am Arsch. Naja. Der Shortcut ist frei. Wir kommen ja schnell hin. Das ist ja alles kein Problem. So. Ja, das gute Schild, das sich dreht. Das ich jetzt auch mal endlich benutzen kann. Kriegt man eigentlich relativ spät, glaube ich. Kriegt man ja bei den Katakomben da unten, bei den Monstern, die genauso ausschauen. Und das Schild dreht sich einfach nur. Das ist die Spezialfähigkeit. Weiß nicht, ob das jetzt so geil ist. So, geh mal weg hier. Ach, komm ey. Ich lasse mich jetzt hier von einer komischen Ratte hier kaputt kloppen. Naja, wir müssen sowieso eine Flakon trinken. Da kommen wir nicht drum rum. Bitte? Das ist Schleim aus dem Wasser. Schleim aus dem Wasser. Greift mich an. Ja. Aus dem Off kommen Fragen. Ja, Nase aus Sunnys... Ne, Schleim aus Sunnys Nase, der mich angreifen möchte. Erlebe ich jede Nacht, ja. Das ist sehr, sehr schlimm und sehr frustrierend und vor allem sehr beängstigend. Tja, das ist alles sehr komisch. So. Klicken wir das Video mal weg. Ähm, wir schnappen uns erstmal die Seelen. Sind auch ein paar. Ja, jetzt greifen wir nicht an. Und ich muss diesmal etwas auf meine Umgebung achten hier. Das war jetzt irgendwie gerade echt kacke, dass wir da einfach mal gegen eine Wand gelaufen sind. Also. Kim ist der Herr oder what? Nur Kackwaffen hier, ey. Weil ich das nicht benutzen kann. Deswegen ist da ein Kreuz. Ich hab nicht genügend Stärke oder Beweglichkeit, um diese Waffe zu tragen. Beziehungsweise zu nutzen. Die Waffen wechseln hier automatisch übrigens. Das ist dieser Mod. Die kommen ab und zu mal. Die wechseln alle durch, ja. Die kommen ab und zu... Also die kommen auch mal doppelt, sag ich mal. So. 39. Das ist ja... Mensch. Das wäre fast wieder schief gegangen. Ich sollte nicht dreimal angreifen. Dreimal ist immer zu viel. Egal mit welcher Waffe. So. Das ist eine Heiligenwaffe, glaube ich, hier. Uchigatana mit Heiligenverzauberung. Und der gute Stein. Die gute Faustwaffe. Natürlich, ne. So. Das ist kacke. Und immer zur Seite ausweichen. Und dann fliegt er mal gegen die Wand. So. Einfach mal in den Schwanz reinstechen. Tut bekanntlich auch ein bisschen weh. Ah, jetzt habe ich wieder so ein Schwert. Und dann... macht er seinen Kopf runter und dann ist er wieder weg. Ich sehe das kommen, ja. Ach, kacke, Mann. Ja, das macht alles keinen Sinn. Weg. So. Was ist das für ein komisches Zepter hier? Keine Ahnung. Und... Ja, scheiße. So ein Ding. Das macht bestimmt viel Schaden. Und wir dümpeln im Prinzip... Was ist denn das für ein Ding? Wie die Götterfaust aus Demons Holes. Ja, ein Schild. Ja, toll. Brauche ich auch nicht weiter angreifen mit dem Kackschild. Die Nase sieht aus wie ein Krokodil. So, jetzt machen wir mal dem Schwert hier. Was? Ach so. Ah, scheiße. In dem Moment hat er die Waffe gewechselt. Und ich kann natürlich den... die Armbrust nicht nutzen. Das war sehr suboptimal. So. Das war wenigstens ein bisschen Schaden hier. Die Leiste will und will nicht runtergehen. Ist es denn zu fassen? Ja. Mit dem Schwert brauche ich glaube ich auch nicht angreifen. Macht nicht so viel Sinn. Ja, fünf. Aber der Knüppel. Der okkulte Knüppel oder was es ist. Ich kenne die Symbole alle gar nicht. So, jetzt so ein Schwert. Ja, ja. Das geht besser. Alter, das ist doch ja der halbe Ewigkeiten hier. Den da runter zu kloppen. Das ist ja Wahnsinn. Da braucht man echt Geduld bei dem Boss. Ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal Feierabend. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich muss natürlich jetzt in einem Stück durchspielen. Aber wir machen einfach einen kleinen Cut. Sehen uns morgen wieder. 16 Uhr bei Let's Play Dark Souls im Swap Weapon Mod. Und ja, mit dem Bosskampf da geht es dann weiter. Denn sonst dauert das hier etwas zu lang. Und ja, mit dem Bosskampf da geht es dann weiter. Und ja, mit dem Bosskampf da geht es dann weiter. Und ja, mit dem Bosskampf da geht es dann weiter. Und ja, mit dem Bosskampf da geht es dann weiter. Und ja, mit dem Bosskampf da geht es dann weiter. Untertitelung des ZDF, 2020